Ich will in die Grube, ich will Bergmann werden. Es ist lange her, da haben wir den Gruben her unsere Forderungen gestellt. Eine ordentliche Geschichte! Acht Stunden ohne alles abwarten! Ich schäme mich. Aber machen Sie mir kein Kind, Herr Reviersteiger. Dass die Zeche von den Arbeitern besetzt ist, ist doch eine Tatsache, in der wir nicht vorbeikommen. Feuer! Mach schneller! Verhalten dich! Bisschen weh ich. Tut rein, mein Junge, tut rein. Das Abkommen für die Überschichten ist abgeschlossen. Uns gilt wieder 7-Stunden-Schicht. Das klingt doch schon wieder nach den roten Aufwieglern. Ich lass mich nicht beleidigen, ich bin Nationalsozialist.